so hallo leute und hier ist das phantom wieder am start heute ein kleiner ausschnitt von meiner xbox habe ich vorhin aufgenommen weil es anders scheinbar nicht geht es geht nur in schwarz weiß bei der farbe sieht es einfach nur kräftig aus weil irgendwo funktioniert etwas nicht ganz richtig zur auswahl für lp steht es ist es kreed 2 minecraft mirius age so wie gesagt ausbreche dead or life steht zum beispiel nur zur verfügung wenn es ungefähr also wirklich gewünscht sind 3 nicht sky von ff 13 habe ich versprochen erwähnten p gemacht von der mann die man noch am ende wird auch kein let's play gemacht ich hoffe es ist für euch jetzt nicht allzu enttäuschend wenn doch tut es mir leid heute aber ist so es dauert heutzutage weil wir momentan noch nicht so weit kommen sind mit technik wir haben immer noch technische schwierigkeiten deswegen sind wir noch nicht so weit wir bemühen uns aber das hinzubekommen und dann euch zeigen zu können ich bitte um geduld ich hoffe nächstes wochenende haben wir das erstens kam endlich am laufen wenn ich sogar schon oben wo sie jetzt passen bis dahin wünsche ich euch viel spaß ich hoffe es hat euch geholfen wenn ihr irgendwie fragen habt oder sonst ist könnt ihr die gerne stellen kein problem in assassin's creed 3 müssen wir passen das steht jetzt natürlich noch offen wir wollen es wahrscheinlich machen wir wissen es aber nur zu hundert prozent und nicht dass wir noch einige features dann wenn wir wirklich komplett online gehen mit der xbox 360 noch paar sachen geben wird auch noch einiges dazu kommen wir werden wahrscheinlich auch live scream und etc haben das wird aber sehe ich alles dann entscheiden wenn wir die technik am laufen haben bis dahin viel Spaß ich hoffe es hat euch gefallen bis dann